Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich bin auch heute wieder von Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das verspricht einiges. Ich glaube, das wird extrem spannend heute, das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Sie wollten den Ball, Sie haben den Ball. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Samuele Campo Da trennt er ihn fair vom Ball. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Sie holen sich hier den Ball. Macht er gut, gefährlicher Heber. Geht er rein. Da passt der Klasse auf. Jetzt der Eckball. Martin Friedek. Das könnte was werden. Stark gemacht, das könnte was werden. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Eintritt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Martin Friedek. Gute Aktion. Jetzt könnte er flanken. Geht jetzt in die Mitte. Kein besonders guter Abschluss. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Da haben Sie die Chance. Gehalten, Szene geht weiter. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Na, er kann den Ball nicht festhalten. Ganz im Gegenteil. Sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. Spielstand 2-0. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für Sie. Jetzt kommt die Flanke. Sieht gefährlich aus. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vor das Tor, kommen gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Keli Fee. Und er gewinnt den Zweikampf. Klar, das ist Abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil sie zu hastig waren, da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass, das ist ärgerlich. Der Pass kommt nicht an, warte ich präzise genug. Wird Einwurf geben. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen, eine Riesenparade. Ecke kommt's. Gefahr bereinigt. Jetzt ist gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Jetzt können sie's machen. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Das war eine Riesenparade gerade, eine klasse Szene. Lässt sich da weit zurückfallen, ganz energisch jetzt. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da ist Platz für den Konter. Er holt sich vorne den Ball. Macht er ihn. Weiter gefährlich. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Wir sind am Ende dieses ersten Spielabschnitts und es sieht gut aus für das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Klasse Aktion da. Und die Flanke hat er. Chance für den Konter jetzt. Viel Platz jetzt auf außen. Pass mit der Hacke. Schön. Samuele Campo. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gut gespielt. Ist das die Chance? Glanzparade gehalten. Ecke kommt den Sechzehner. Sie können nicht klären. Sind weiterhin mit Rängnis. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Keine gute Aktion. Und da kommt er an den Ball. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Hereingabe geht da rüber an den langen Pfosten. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Jemaili. Ball draußen. Es gibt ein Wurf. Es wird jetzt hier gewechselt. Er hatte Ball. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalte ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance. Per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt es sehnten Applaus. Der Ball kommt rein. Wir sehen den Wechsel. Ja, sehr dribbelt stark. Macht das richtig gut. Gefährlich. Fairer Einsatz hier. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte gefährlich werden. Gentner. Da passt der Torhüter auf. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. So, Ecke kommt. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gutes Technik. Christian Gentner. Und da klingelt im Kasten. Da wir jetzt einen weiteren Gegendreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau. Und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen mit diesem Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Foul, aber Vorteil geht erst mal weiter. Das sieht vielversprechend aus. Jay Meili. Fairer Einsatz hier. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Das war sehr gut. Der ist noch heiß. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Das war sie. Die Riesenchance. Aber wir sehen es. Kein Tor. Das kann dem Trainer nicht schmecken. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Und jetzt der Schuss. Ball ist nicht drin. Die Ecke kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Da kommt der Schuss. Der Torwart ist da. Hechtet zum Ball. Und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein Klassekeeper aus. Ja, da müssen Sie aufpassen. Gute Balleroberung hier. Das war heute ein überragender Auswärtsauftritt von Ihnen. Standgelegt. ARS